Das theoretische Fundament des Sucker-Effekts stellt die Equity Theory nach John Stacey Adams dar. Die Mitglieder einer Gruppe vergleichen ihren individuellen Beitrag zur Gruppe und gleichen diesen mit den anderen Gruppenmitgliedern ab. Die Birne stellt hierbei den Beitrag von Mitglied A dar und die Zitrone die Belohnung. Der Beitrag ist hier viel größer als die daraus folgende Belohnung. Für Mitglied B stellt die Zitrone den Beitrag und die Birne die Belohnung dar. Hier ist der Beitrag wesentlich kleiner als die Belohnung. Wenn diese Differenzen innerhalb der Gruppe zu groß werden, kann daraus der Sucker-Effekt entstehen. Beim Sucker-Effekt reduzieren die Mitglieder einer Gruppe ihre Leistung als Zeichen des Protests gegenüber dem offensichtlichen Fehlverhalten anderer Gruppenmitglieder. Der Sucker-Effekt wird im folgenden anhand der Gemeinschaftsküche einer WG gezeigt. Die fleißige Feline räumt morgens die Geschirrspülmaschine ein und freut sich, dass abends das ganze Geschirr wieder sauber und hoffentlich von ihren Mitbewohnern eingeräumt ist. Sie hat ihren Beitrag für die Gruppe dadurch geleistet. Die gehetzte Gabi wollte ihr Geschirr noch schnell in den Geschirrspüler stellen, doch leider ist sie wie immer zu spät dran und muss schnell los. Darum räumt sie den fertigen Geschirrspüler nicht aus, sondern stellt ihre Sachen einfach auf die Arbeitsfläche. Die fleißige Feline kommt nachmittags wieder nach Hause und stellt genervt fest, dass niemand aus ihrer Wohngemeinschaft den Geschirrspüler ausgeräumt hat. Sie empfindet das als unfair, denn sie hat ihn ja schon eingeladen und angeschaltet. Damit die Unfairness nicht noch größer wird, beschließt sie den Geschirrspüler nicht auszuräumen und den anderen Mitbewohnern nicht noch mehr abzunehmen. Der faule Finn ist am späten Nachmittag auch mal aufgestanden. Damit er sein Frühstück einnehmen kann, sucht er im Schrank nach einem Teller. Doch dieser ist leer, da alle sauberen Teller im Geschirrspüler sind. Aber anstatt den Geschirrspüler auszuräumen, nimmt der faule Finn einfach einen Teller für sein Frühstück heraus. Dadurch stapelt sich das Geschirr auf der Arbeitsfläche weiter. Der faule Finn hat keinen Beitrag für die Gruppe geleistet, obwohl er genug Zeit dafür gehabt hätte. Am Abend ist die gehetzte Gabi auch wieder aus der Universität zurück und alle Mitbewohner treffen sich in der Küche. Die fleißige Feline zettelt mit den anderen Mitbewohnern einen Streit an, weil sie es ungerecht findet, wie viel sie für die WG leistet und wie wenig gleichzeitig ihre Mitbewohner leisten. Die Qualität des Zusammenlebens der drei nimmt ab und alle sind gestresst. Klatschen. Klatschen. Mizutreens. Kratschen. Klatschen.